Ja, einen schönen guten Abend zu einer weiteren Folge der digitalen Lehre. Ich würde Ihnen heute gerne ein Tool vorstellen, mit dem Sie im laufenden Semester und möglicherweise auch gegen Semesterende, je nachdem wie die rechtliche Lage an Ihrer Universität oder Schule ist, Tests absolvieren können. Und zwar in kleineren Schritten oder in größeren und zwar mit einem sehr progressiven Tool. Ich hatte das schon hier ganz kurz auch für andere Zwecke eingesetzt und gezeigt, nämlich zum Beispiel Abstimmungen in Cremien und so weiter und so fort. Und ich werde heute Microsoft Forms vorstellen in Office 365, das jetzt auf den Namen hört Microsoft 365. und werde aus meiner Sicht vielleicht nachvollziehbaren Gründen Ihnen nicht das Partner Google Forms in der Google Suite zeigen, das aber faktisch fast identisch funktioniert mit einem entscheidenden Vorteil, nämlich dass Sie gleichzeitig nicht nur eine Ergebnisansicht im Netz haben, sondern auch mit dieser Ergebnisansicht weiterrechnen können. Google Sheets, das dafür gebraucht wird, hat noch einen weiteren Vorteil, was es wiederum gegenüber Excel von Microsoft hervorhebt, nämlich dass Sie Autosort-Funktionen einsetzen können, die Sie bei Excel nur mit umfangreichen Makros realisieren können und dies wiederum nicht in einer Online-Umgebung. Da aber allerdings die Bildungseinrichtungen in diesem Land auf Microsoft 365 setzen, da dies datenschutzkonform mit Servern in Deutschland und der EU realisiert werden kann und deswegen eher von Google Abstand nehmen, zeige ich Ihnen heute die Variante von Microsoft. Und zwar Microsoft Forms. Microsoft Forms ist Teil von Office 365 und ich würde Ihnen heute ganz gerne eine Klausur vorstellen, die Sie dann parallel testen können, also die ich schon einmal eingerichtet habe und ich würde Ihnen in zwei, drei Schritten zeigen, wie Sie so etwas sehr einfach realisieren können und der Link zu diesem Probetest, den stelle ich in die Beschreibung zu diesem Video und vielleicht gleich eines vorweg, wenn Sie mit Freitext-Tests arbeiten wollen, also das heißt, diejenigen, die eine Aufgabe einreichen sollen, mit Freitext arbeiten sollen und Sie einen gut lesbaren Essay zum Beispiel bekommen wollen, ist es wichtig zu wissen, dass die Textfelder, die in Microsoft Forms zur Verfügung stehen, auf einen Umfang von 4000 Zeichen begrenzt sind. Also das heißt, Sie können zwar mehrere dieser Antwortfelder hintereinander schalten, das zeige ich Ihnen auch gleich im Beispiel, aber Sie können damit natürlich ganz klar auch Umfangsbegrenzungen einführen, das unter uns gesagt im akademischen Kontext eigentlich fast wichtiger ist als einen ungefähren Umfang, den Sie für bestimmte Leistungen anstreben. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Klausur zur Digitalität. Das ist eine Vorlesung, die ich gerade veranstalte und das ist nur ein Test, der die technischen Umgebungen und Bedingungen beleuchten soll, unter denen eine solche Klausur stattfindet. Vielleicht ganz kurz, ein Microsoft Forms ist aufgebaut in sogenannten Abschnitten und diese Abschnitte können Sie miteinander verschalten. Hier vorgeschaltet, ganz klar, weil wir uns nicht auf so in der TU Dresden bewegen, sondern zu einem Drittanbieter gewechselt sind, brauchen Sie eine Datenschutzerklärung. Die ist hier noch nicht vollständig. Kopieren Sie die nicht. Das ist im Moment hier noch ein Platzhalter. Und erst wenn die Studierenden sich hiermit einverstanden zeigen, werden Sie auf die eigene Klausur weitergeleitet. Ich will Ihnen ein Detail zeigen, wie Sie das Ganze organisieren können. Sie können hier eine sogenannte Verzweigung hinzuführen. Und die illustriere ich Ihnen gleich hier an der ersten Aufgabe, nämlich der ersten Abfrage, Datenschutz und Regelungen zur Klausur. Wer mit diesen Regelungen einverstanden ist, wird weitergeleitet, und zwar zu Abschnitt 2. Wer mit diesen Regelungen nicht einverstanden ist, wird zum Abschnitt 5 weitergeleitet. Und den zeige ich Ihnen jetzt. Das ist der Abschnitt 5. Sie können das Klausurformular schließen. Und dann darf der oder diejenige nicht an diesem Test teilnehmen. Dann in einem Abschnitt 2 habe ich hier eine Identitätsprüfung eingeführt. Und zwar deshalb, weil es natürlich nicht ganz unwichtig ist, wer überhaupt auf dieses Formular Zugriff hat und wer hier berechtigt ist, eine Bearbeitung einzureichen. Das können Sie die Pseudonymität, also Sie erreichen keine Anonymität, aber eine Pseudonymität, erreichen Sie dadurch, wenn Sie im Vorfeld eines Tests oder einer Testreihe Ihre Studierenden oder Schülerinnen einen Alias sich vergeben lassen und diesen Alias bei der Angabe der Lösung der Klausur angeben müssen. Das nächste sehen Sie hier den Aufgabenblock. Und hier sind schon die sogenannten besprochenen Textfelder, nämlich dass Sie eine Aufgabe formulieren und dann unterschiedliche Textfelder. Und jedes dieser Textfelder hat einen Umfang von maximal 4000 Zeichnen. Ich zeige Ihnen dann auch noch, wie das Ganze in einem Test aussehen würde, weil jetzt das Textfeld sieht relativ klein aus. Dann kommen Sie zu Abschnitt 4. Das ist eine Sicherheitsüberprüfung, falls jemand die Klausur doch noch nicht absenden möchte, dass er nicht mit dem ersten Klick seine Ergebnisse durchreicht. Und dann der Abschluss des Ganzen. So, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn Sie die Klausur lösen wollen würden? Das können Sie gerne parallel ausprobieren mit dem Link, den ich in der Beschreibung des Videos hinterlegt habe. Sie sehen zunächst, so würde die Oberfläche aussehen. Sie können das Ganze auch testen in der Ansicht auf einem Mobiltelefon oder auf einem Desktop. Die Designs wählen Sie aus. Das erschien mir jetzt hier gerade das Passende. Auf eins möchte ich Sie hinweisen. Wenn Sie Tests, die zeitgebunden sind, also wie hier 90 Minuten Zeit einsetzen wollen, ist dieses Tool Microsoft Forms insofern von Vorteil, als der Start mit der Beantwortung einer Aufgabe, zeitlicher Fast-Wood-Wert, Zeitstempel und der Abschluss der Bearbeitung, sodass Sie genau sehen können, ob jemand die 90 Minuten ausgenutzt hat, überschritten hat und ob in der Zwischenzeit Zeit verstrichen ist und so weiter und so fort. Was ich Ihnen empfehlen möchte, ist, dass Sie für Fragen und Rückmeldungen sofort auch Kontaktadressen hinterlegen, unter denen man sie unmittelbar erreichen kann. Weshalb? Sollte zum Beispiel das Formular abstürzen oder der Student die Netzwerkverbindung verlieren und so weiter und so fort oder eine konkrete Rückfrage, Inhaltsfrage haben, können Sie hier unter den Kontaktbedingungen möglicherweise sofort helfen und Ihrem Studierenden oder Ihrer Schülerin oder Ihrem Schüler aushelfen. Okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind die Datenschutzabfrage. Wenn ich jetzt auf Nein klicken würde, weil ich damit nicht einverstanden bin, komme ich zu diesem Screen, den ich vorhin Ihnen gezeigt habe. Also es wäre der Abschnitt 5. Sie können das Klausurformular schließen. Wenn Sie den Regelungen nicht zustimmen, darf Ihre Klausur nicht erfasst werden. Bitte kontaktieren Sie mich unter alexanderlasch.tu-dresden.de um eine alternative Prüfungsform zu besprechen. Dann können Sie das Ganze absenden und damit hat sich das für Sie erledigt. Oder Sie gehen zurück und entscheiden sich für, naja, vielleicht will der Lasch ja von mir doch nicht nur die geheimen Daten ziehen. Dann gehen wir auf Weiter. Das wäre der Abschnitt 2. Die Identitätsprüfung. Das hatte ich Ihnen vorhin auch erläutert. Damit die eingesendete Aufgabe Ihrer Identität zugeordnet werden kann, geben Sie bitte den von Ihnen gewählten Alias korrekt ein. Achten Sie bitte auf korrekte Groß- und Kleinschreibung, damit die automatische Erkennung bei der Auswertung, ja, also nicht bei der Verarbeitung, Ihre Eingabe akzeptiert. Ich gebe mir jetzt mal hier den, ich habe jetzt noch keinen Alias, ich gebe mir jetzt mal den Alias a lasch. Und jetzt sehen Sie schon, kommen wir zur Aufgabe. Das ist jetzt ein Dummy, ja. Also so wird die Klausur nicht aussehen. Aber Sie können hier eine Aufgabe definieren und hier sehen Sie noch einmal die Erläuterung zu der Zeichenbegrenzung. Haben Sie bitte keine Sorge, die Antwortfenster skalieren mit der Länge Ihrer Antwort, sodass Sie die Übersicht nicht verlieren. Beachten Sie aber bitte ein Antwortfenster, fast 4000 Zeichen. Das sind circa 600 Wörter. Wenn Sie diesen Umfang erreicht haben, wird in diesem Fenster kein weiteres Zeichen mehr angenommen. Schreiben Sie dann einfach im nächsten Fenster weiter. Ich zeige Ihnen das Ganze mal. Ich habe jetzt für die Klausur von 90 Minuten 1, 2, 3, 4, 5 Antwortfenster vorgesehen. Das ist ein Umfang von 20.000 Zeichen oder 3000 Wörtern. Das ist für eine 90-minütige Klausur durchaus ausreichend. Und ich will Ihnen dann auch noch zeigen, wie der Umfang genau sich zusammensetzt. Dafür nehme ich den LoRa-Y-Generator mit 600 Wörter, die ich gerade angesprochen habe. Kopieren das Ganze und fügen das in dieses Formular ein. Ups, das war jetzt falsch. Kopieren das Ganze. Und dann sehen Sie diesen Text an dieser Stelle. Und Sie sehen auch, dass das Fenster mit der Länge der Antwort entsprechend skaliert, sodass man dann auch die Klausur oder die Bearbeitung oder den Test im Ganzen lesen kann. Ich würde das Ganze jetzt mal sagen, okay, damit ist meine Bearbeitung so weit abgeschlossen. Ich brauche nicht mehr Platz. Wird dann im Zweifelsfall auf Weiter klicken. Hier noch einmal eine Bestätigungsabfrage, dass man nicht sofort die Bearbeitung abschließt und absendet. Man kann von hier aus auch nochmal zurückgehen. Man kann dann die Ergebnisse absenden und damit ist man fertig mit diesem Test. Und jetzt das Besondere für diejenigen, die die Antworten sich anschauen möchten. Zunächst einmal gibt es hier eine standardmäßige Übersicht, die jetzt noch nicht besonders attraktiv ist. Allerdings können Sie die Einzelergebnisse sich anzeigen lassen. Ich springe jetzt mal zu dem letzten Ergebnis. Das war ich gerade mit einer Zeit von 4 Minuten 32 für das Ausfüllen. Ich habe den Datenschutzbestimmungen zugestimmt. Das ist mein Alias mit meiner Identität. Dann sehen Sie die Aufgabenstellung und dann schön in einem Textfeld sofort am Screen zu lesen die Antwort auf die Aufgabe. Also das heißt auch für Sie als diejenigen, die die ganzen Arbeitenden korrigieren müssen, eine sehr gefällige Aufarbeitung. Sie können die Antwort drucken, aber auch löschen, je nachdem, wie Sie das gerne möchten. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die Antworten zu extrahieren, indem Sie sie in einer Excel-Tabelle exportieren. Und dann sieht das Ganze so aus, dass Sie eine Excel-Tabelle bekommen mit den schon angesprochenen Zeitstempeln für Beginn und Ende der Bearbeitung. Also ein sehr komfortables Tool, das allerdings wie alle anderen digitalen Tools zwei Probleme hat. Erstens, Sie können faktisch die Identität nicht prüfen desjenigen, der vor dem Rechner sitzt. Und das Zweite ist, also das ist tatsächlich ein Pferdefuß bei dem Ganzen. Hier sollten Sie aber davon ausgehen, dass die Studierenden, die die Klausur schreiben, tatsächlich die Klausur auch schreiben wollen und bestehen möchten. Und das Zweite ist, dass man durchaus darüber geteilter Meinung sein kann, dass man sich hier einem Drittanbieter anvertraut. Es gäbe auch noch eine weitere Möglichkeit, die würde das Ganze auch restriktiv sehr stark einschränken. Das zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar, ich habe das Klausurformular jetzt so eingestellt, sonst könnten Sie es jetzt nicht probieren, dass jeder mit dem Link auf diese Aufgabe antworten kann. Sie hätten auch die Möglichkeit, nur Personen in der eigenen Organisation antworten zu lassen. Das wäre bei mir die tu-dresden.de und jeder, der sich damit einloggt, muss faktisch über ein eigenes Microsoft-Konto verfügen mit der entsprechenden Kennung. Das heißt, für Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die bereits mit Microsoft Teams und Office 365 oder Microsoft 365 arbeiten und Ihre Schülerinnen und Schüler oder Ihre Studierenden registriert haben in dieser Umgebung, würde ich diese Antwortmöglichkeit empfehlen. Und dann haben Sie nämlich auch die Möglichkeit, ein Upload-Fenster einzubauen und sich auch Dateien schicken zu lassen, und zwar direkt in Ihren SharePoint, sodass Sie dann auch die Klausurergebnisse so miteinander vergleichen können. Sie können das Ganze, ich gehe jetzt aber mal wieder zurück, weil ich die größtmögliche Offenheit haben möchte. Sie können den Link kopieren. Sie haben die Möglichkeit, einen QR-Code zu verteilen. Sie können das Ganze standardmäßig einbetten in eine Website, die Sie verwenden, oder als E-Mail verschicken. Sie können, auch das ist ein sehr schöner kollaborativer Zug, dieses Formular als Vorlage teilen mit Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, die zum Beispiel Anregungen suchen für eine Klausur oder für einen Test oder für ein Übungssetting, dass Sie diesen Link verteilen, und dann geben Sie das Ganze frei. Das ist, Moment, ich kopiere jetzt mal den Link. Das wäre jetzt der Link zur Beantwortung dieses Tests. Das zeige ich Ihnen auch noch mal. Das Ganze sieht dann so aus, so wie wir es gerade eben in der Vorschau gesehen haben. Das wäre jetzt erst mal die Klausur zur Digitalität. und ich würde Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen, wie Sie das Ganze bedienen können, wie Sie das Ganze aufbauen können. Und dazu gehen wir noch mal auf die Startseite von Forms zurück. Und wir würden jetzt ein neues Formular, das Quiz zeige ich Ihnen heute nicht. Das wäre noch eine andere Form. würde jetzt zum Beispiel hier mal Übersetzungstest Mittelhochdeutsch. Das wäre bei uns so eine ganz klassische, also eine ganz klassische Aufgabe, die man lösen müsste. und würde jetzt nach der Identitätsprüfung und der Zustimmung zum Datenschutz zum Beispiel eine Grafik implementieren. Also würde eine Aufgabe, im Moment würde ein Abschnitt definieren oder sagen, den würde ich nennen Material und würde eine Grafik hinzufügen, ein Bild in dem Fall, würde das hochladen und ich schaue mal schnell, ob ich in meinem Archiv mit angeschlossener Festplatte, das wäre hilfreich, Moment, da ist sie im Archiv, in der Lehre. Wir gehen mal auf das Sommersemester 2013, Diachronie. Schauen wir mal auf Mittelhoch, Mittel-Niederdeutsch und hier würde ich mal den Text auswählen. Der Punkt ist jetzt, dass natürlich jetzt sie höchstwahrscheinlich mit dem Mittel-Niederdeutsch nicht allzu viel anfangen können, aber sie sehen schon, das ist die Einbettung eines Images. Dann würde ich eine Beschreibung eingeben und das ist ihr Übersetzungstext. Würde ich von keinem Studierenden und keiner Studierenden erwarten, also Mittel-Niederdeutschen Text zu übersetzen. Dann eine Aufgabe und zwar mit einem Freitext. Bitte übersetzen Sie diesen Text in ein angemessenes Deutsch, das ist immer so die Formulierung, angemessenes Deutsch, der Gegenwart. Gegenwart Sie dürfen alle Hilfsmittel verwenden, die im Kontext einer Übersetzung gestattet sind. Wir würden sagen, es muss eine lange Antwort sein und sie ist irgendwie auch erforderlich und damit hätten wir einen Übersetzungstext. der jetzt im Wesentlichen so aussehen würde. Übersetzungstext, Moment, das ist natürlich ein Formats hier Mittel-Niederdeutsch, das ist kein Mittel-Hochdeutsch mehr. Wurde mir jetzt das anzeigen, Mittel-Niederdeutsch. Das ist ihr Material, das ist ein Übersetzungstext. Bitte übersetzen Sie diesen Text in ein angemessenes Deutsch der Gegenwart. Sie dürfen alle Hilfsmittel verwenden, die im Kontext einer Übersetzung gestattet sind und das Besondere ist, Sie können sich diesen Text auch noch vorlesen lassen. Ich muss mal kurz laden, dauert zu lang. Moment, da, da, da. Ich mache jetzt mal das Desktop-Audio dazu. Erster Bitte übersetzen Sie diesen Text in ein angemessenes Deutsch der Gegenwart. Sie dürfen alle Hilfsmittel verwenden, die im Kontext einer Übersetzung gestattet sind. Das kann schlechter gelesen und übersetzt werden, würde ich sagen. Insofern ist auch das eine Überlegung wert und jetzt können Sie diesen Text genauso teilen wie alles andere auch. Also jeder mit diesem Link kann antworten und wenn Sie das Ganze kopieren, sehen Sie hier mit einem Schlag, sobald das Bild geladen ist, sehen Sie hier mit einem Schlag den entsprechenden Testmittel Niederdeutsch. Sie sehen, das geht sehr, sehr schnell und vollkommen unproblematisch und auch hier ist es so, dass wenn Sie entsprechend lange schreiben, das entsprechende Übersetzungsfenster größer wird, dann können Sie das Ganze absenden. Ihre Antwort wurde gesendet und das Besondere ist, dass wir jetzt die Antwort schon vor uns sehen. Sie können sich das Ergebnis anzeigen und Sie sehen, ich habe dafür 32 Sekunden zum Ausfüllen gebraucht. Ja, mit dieser kurzen Einführung, mit dieser kurzen Schau auf Microsoft Forms und zwar direkt auf die Formulare und noch nicht auf die Quizze, würde ich das Ganze mal bewenden lassen. Den Test zur Digitalität stelle ich Ihnen wie gesagt als Probierlink zur Verfügung, um sich ein wenig mal daran zu testen und auszuprobieren in der Hoffnung, dass es für den einen oder anderen in der einen oder anderen Situation ein hilfreiches Tool ist, um schnell und unproblematisch Tests zu erstellen und dann in der jeweiligen Situation einzusetzen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dem Kanal treu bleiben und bin für heute erst einmal mit dem besten Wünschen für ein schönes Wochenende. Ihr Alexander Lasch